Mein Name ist Martina Böshoff von der Magada Swiss Distillery in Amliker Bissegg. Und wie es der Name schon sagt, sind wir eine Destillerie, in der wir Whisky, Gin, Rheum und Frucht-Destillage brennen. Und dazu gehört ein innovatives Fasslager, ein Seminar und Eventraum, eine Cocktailbar mit Smokers Lounge, ein Walk-in-Shop und mit zehn grossen Bad & Breakfast-Singer, die alle Aussichten auf den Sentis und den Raufstein haben. Typisch Thurgau ist einerseits Standort, andererseits das einmalige, moderne Unternehmen. Auch die Rohmaterialien für unsere Destillate beziehen wir alle aus der Region. Mit Magada haben wir ein Ort geschaffen, die öfter Thurgau einzigartig ist. Wir vereinen Innovation und Tradition mit Nachhaltigkeit und begrüssen Kunden und Geste aus der ganzen Welt, um ihnen die schönen Seiten von Thurgau näher zu bringen.